In unserem Haus brannte kein Licht. Paul schlief also noch. Ich schlich mich hinein, zog mir im Flur Stiefel und Anorak aus. Irgendwie roch es hier nach Stall. Ich schaute unter meine Gummistiefel und beschloss, sie besser vor die Tür neben Pauls zum Auslüften zu stellen. Nun sah es bei uns aus wie vor den anderen Behausungen in Mordsacker, wo man anhand der geparkten Treter erkennen konnte, wie viele Personen darin wohnten. Klara? röchelte Paul wie Darth Vader aus dem dunklen Wohnzimmer. Wo warst du so lange? Stell dir vor, ich hab mich verquatscht. Du und Sophie, ihr habt mir schließlich geraten, mehr Kontakt zu den Frauen im Dorf zu pflegen. Pfff, röchelte mein Mann missmutig. Und damit musst du ausgerechnet jetzt anfangen, wenn ich krank bin? Er legte die Tablette auf die Zunge und verlangte mit einer Kopfbewegung nach der Tasse auf dem Couchtisch. Ich reichte ihm den kalt gewordenen Tee. Sag mal, in welches Labor schickt ihr eigentlich die DNA-Analysen? Wie kommst du denn darauf? Hauchte er, trank einen Schluck und wirkte. Bleh. Ach, wir haben uns über Polizeiarbeit unterhalten. Es ging um Schlünkhams Unfall heute. Einige Frauen im Dorf sind der Meinung, dass er ermordet wurde. Das ist natürlich Quatsch. Du hast ja den Tatort auf Spuren nach Fremdeinwirkung untersucht. Jedenfalls habe ich behauptet, dass du alles, was du an Indizien findest, ins Labor nach Schwerin zur DNA-Analyse schickst. Paul schüttelte den Kopf. Nein, für diese Gegend sind das kriminaltechnische Labor, die Rechtsmedizin Neustrelitz, zuständig. Affektiert lachte ich auf und winkte ab. Ha, da habe ich ja völlig einen Blödsinn erzählt. Wie peinlich. Nachdem ich meinen sterbenden Schwan in unser Schlafzimmer verfrachtet und ihm wie einem Kind die Brust eingerieben hatte, machte ich mich im Arbeitszimmer daran, einen Auftrag zur DNA-Analyse an das Neustrelitzer Labor zu tippen. Pauls Unterschrift zu fälschen war nicht das Problem. Dann tütete ich die zwei Zigarettenkippen fachgerecht ein, rannte zum einzigen Postkasten gegenüber dem Friedhof, einmal quer über den Dorfplatz. Mit steifgefrorenen Fingern fummelte ich den Brief in den Schlitz des gelben Metallkasten. Puh, jetzt setzte doch tatsächlich Schneeregen ein. Ich eilte die 100 Meter vorbei an der Feuerwehr zum Büro des Polizeipostens im Gemeindehaus. Vorsichtig schloss ich auf. Natürlich war die Dienststelle unbesetzt. Was sollte in diesem Kaff schon mitten in der Nacht passieren? Da auch sonst niemand auf den Straßen unterwegs war, traute ich mich sogar, die Lampe auf Pauls Schreibtisch anzuknipsen. Hatte er nicht irgendwo einen Zettel mit den wichtigsten Telefonnummern? Ah, hier. Kriminaltechnisches Labor Neustrelitz. Da ist es. Ich wählte von seinem Festnetzanschluss aus die Nummer. So ein wichtiges Labor würde doch sicherlich rund um die Uhr besetzt sein. Tatsächlich hob schon nach kurzer Zeit jemand ab. Ich verstellte meine Stimme, sodass sie etwas höher und süßer klang und flötete. Schwanenfuß hier, Polizeidienststelle Mordsacker. Mit wem spreche ich bitte? Hühnerbein, Bereitschaftsdienst. Halte eine männliche Stimme aus dem Hörer, mit der ich sofort das Bild von Brad Pitt assoziierte. Der Kollege Paul Himmel hat vorhin zwei Beweisstücke für Sie in die Post gegeben. Wir brauchen die DNA-Analysen und deren Vergleich dringend für eine brisante Mordermittlung. Wann können wir mit dem Ergebnis rechnen? Ich bemühte mich, möglichst professionell zu klingen. Der Mann am anderen Ende der Leitung schlug hingegen einen vertraulichen Ton an. Na, vor Mittwoch wird das nischt, Annette. Es ist Ostern. Mist. Ich kniff die Lippen zusammen und zwirbelte ratlos eine Locke um meinen Finger. Hühnerbein und Schwanenfuß waren also per Du. Wie blöd, dass ich seinen Vornamen nicht kannte. Hättest du die Proben heute gebracht, hätte ich sie in der Nacht analysieren und euch das Ergebnis morgen früh geben können. Natürlich. Clara, wie blöd kann man nur sein? Ich, ich schicke dir einen Kurier. Erleichtert legte ich auf. Jetzt musste ich nur noch den Briefumschlag wieder aus dem Postkasten fischen. Draußen glättete mir ein halbstarker Sturm die Locken. Ich wickelte mich tief in die Wolljacke und stapfte in den vom Schneematsch durchgeweichten Hausschlappen zum Postkasten. Ich schaute in den Schlitz. Der braune Umschlag lag oben auf. Vorsichtig guckte ich mich um. Niemand lief die Dorfstraße entlang. Mit hochgekrempeltem Ärmel versuchte ich den Brief mit der Hand herauszuziehen. Ich kriegte ihn nicht zu fassen. Man müsste eine Wurstzange... Was machen Sie denn da? Donnerte eine Stimme aus dem Dunkeln zu mir herüber. Erschrocken drehte ich mich um. Frau Himmel! Der alte Hinrichsen schälte sich mit strengem Blick und seinem Schäferhund an der Leine aus dem Busch hinter mir. Ausgerechnet unser verknöcherter Nachbar, ein verwitweter Mitziebziger, der Hecke und Bäume mit der Nagelschere bearbeitete und die Tauben züchtete, die uns ständig alle westseitigen Fensterbretter vollkackten, musste mir jetzt über den Weg laufen. Moin! Stürmisch heute, was? Mir ist ein Brief reingerutscht, der da nicht reingehört, entschuldigte ich mein Tun. Vergessen Sie es! So kriegen Sie den Brief nie zurück! Er schob mich beiseite. Was ich jetzt mache, verraten Sie aber keinesfalls Ihrem Mann. Auf keinen Fall! Bestätigte ich und wich zurück. Der alte Befall... Gorbatschow! Sitz! Der Hund senkte sein Hinterteil in Zeitlupe, während Hinrichsen ein Taschenmesser mit vielen ausklappbaren Werkzeugen zückte. Staunend riss ich den Mund auf, als mein Nachbar mit einem kurzen, mühelosen Ruck das Schloss des Postkastens knackte. Sprachlos schnappte ich mir den Umschlag und bedankte mich mit verschwörerischer Miene. Man hilft, wo man kann. Man ist ja kein Unmensch. Komm, Gorbi! sagte er mit kurzem Blick auf den Vierbeiner und marschierte zu seinem Haus weiter, als wäre nichts geschehen.